Ein Bundespräsident hebt ab. Zum Start der diesjährigen Emo Hannover ließ es sich Joachim Gauck nicht nehmen, einige der eindrucksvollen Exponate der weltgrößten Messe für Metallbearbeitung selbst auszuprobieren. Mit dem Leitthema Intelligence in Production trägt sie der wachsenden Vernetzung in der Industrierechnung. Gauck betonte bei seinem Rundgang den hohen Stellenwert der Branche für die gesamte deutsche Wirtschaft. Die deutsche Werkzeug-Maschinen-Industrie. Sie steht für technische Innovation auf höchstem Niveau. Sie bildet gleichsam den Maschinenraum der Industrie, der das Schiff der deutschen Wirtschaft antreibt. Und zwar entscheidend. Das Qualitätssiegel Made in Germany, meine Damen und Herren, das ist für Ihre Branche Anspruch, Verpflichtung und Ansporn zugleich. Die Vorzeichen, diesem Anspruch gerecht zu werden, stehen gut. Mit über 180.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und über 2.100 Ausstellern übertrifft die EMO Hannover schon jetzt die Erwartungen der Veranstalter. Wir wollen mit dieser Weltleitmesse natürlich auch alle Länder dieser Erde erreichen. Wir erreichen zurzeit 43 Nationen, die hier ausstellen. Und alle wichtigen sind dabei. Und wir haben eben einen sehr, sehr hohen Anteil ausländischer Hersteller, nämlich 60 Prozent, die hier ausstellen. Und das ist das, was eine Leitmesse ausmacht. Das ist das, was dem Führungsanspruch der EMO dann auch gerecht wird. Für neue Impulse und besseren Wissenstransfer zwischen Schulen, Universitäten und Firmen soll die VdW-Nachwuchsstiftung sorgen. Damit soll dem wachsenden Fachkräftemangel im Werkzeugmaschinenbau entgegengewirkt werden, damit die Branche auch in Zukunft ihre Pole Position sichern kann. Vielen Dank.